Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es hier mal das Goldfunk Raketensortiment von Funke mit insgesamt sechs Raketen mit drei verschiedenen Effekten. Design ist auch wieder richtig geil finde ich. Da steht auch nochmal die Effekte. Auf jeden Fall ein richtig geiles Set. Der Preis ist natürlich recht hoch, aber naja, wer gute Raketen haben will, muss halt dann so einen Preis bezahlen. Für mir war es das auf jeden Fall wert. NEM haben wir hier insgesamt 120 Gramm, also auch wieder 20 Gramm pro Rakete. Ja, wir werden jetzt die Ledersorte testen und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da geht es jetzt bloß noch mit der Süßenrohrer-Rakete. So, dann geht es jetzt weiter mit der DORADO-Rakete. Und als letztes die Findings-Rakete. Also echt sehr schöne Raketen. So, dann geht es jetzt weiter mit der DORADO-Rakete. So, dann geht es jetzt weiter mit der DORADO-Rakete. So, dann geht es jetzt weiter mit der DORADO-Rakete. So, dann geht es 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 weiter mit der DORADO-Rakete. Untertitelung. BR 2018